Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute geht es um ein wahres Highlight für Autoliebhaber, den Brabus 900 Deep Blue. Dieses spektakuläre Fahrzeug basiert auf dem Porsche 911 Turbo S Cabriolet und setzt mit seiner atemberaubenden Kombination aus Leistung, Design und Luxus neue Maßstäbe. Ausgestattet mit einem speziell entwickelten 3,8 Liter Boxermotor, der von zwei Brabus Turboladern unterstützt wird, bringt der Roadster beeindruckende 900 PS auf die Straße. Der Motor liefert ein massives Drehmoment von 1000 Newtonmetern, was für eine schier grenzenlose Kraftentfaltung sorgt. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 kmh in gerade einmal 2,5 Sekunden und einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 340 kmh zeigt der Brabus 900 Deep Blue dazu, dass er nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch ein Performance-Monster ist. Aber das ist längst nicht alles. Brabus hat dafür gesorgt, dass dieses Fahrzeug nicht nur schnell, sondern auch unvergleichlich luxuriös ist. Die exklusiven Brabus Monoblock Z Platinum Edition Räder, die mit ihrem tiefschwarzen Finish in den Dimensionen 22 Zoll hinten und 21 Zoll vorne daherkommen, unterstreichen die Dynamik des Fahrzeugs perfekt. Sie harmonieren wunderbar mit dem eleganten blauen Exterieur, das den typischen Brabus Look repräsentiert. Im Innenraum setzt sich die Extravaganz nahtlos fort. Das Cockpit ist komplett mit feinstem Ice Blue Leder ausgestattet, das durch aufwendige Steppungen im Brabus Ellipse Design auf Sitzen, Türverkleidungen und Bodenmatten ergänzt wird. Carbonelemente am Armaturenbrett, der Mittelkonsole und dem Lenkrad runden das Gesamtbild ab, während stilvolle Zierelemente in Shadow Grey einen dezenten, aber edlen Kontrast bilden. Dieses Fahrzeug ist ein Meisterwerk für alle, die das Besondere suchen. Es vereint technische Spitzenleistung mit außergewöhnlichem Design und handwerklicher Perfektion. Ob auf der Rennstrecke oder der Straße. Der Brabus 900 Deep Blue begeistert in jeder Hinsicht. Waren die Infos zum Brabus 900 Deep Blue informativ? Dann lass bitte ein Abo da und bleib auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.